40 Jahre Sport für alle. Das ist das Motto des diesjährigen Spandauer Sportlerballs. Das Sportzentrum Siemensstadt feiert Jubiläum und das gemeinsam mit mehr als 700 Ballgästen. In dem Moment, wo die Musik angeht, ist die Tanzfläche voll. Hier ist einfach eine ganz tolle Atmosphäre, tolle Menschen, eine tolle Feier für den Sport in Siemensstadt. Es verspricht ein goldener Abend im Sportzentrum Siemensstadt zu werden. Genau dieser Ort hat so viel Bedeutung für den SC Siemensstadt, aber auch für den Bezirk. Dort für alle ist das Motto hier im Sportzentrum und insofern ist es eine ganz wichtige Institution mit Schwimmbad, mit Kursen, die hier durchgeführt werden, Gesundheitsentwicklung. Also ganz, ganz toll. Ein schönes Sportzentrum, ein toller Sportverein. Wichtig für den Bezirk. Und auch an diesem Abend sprüht das Sportzentrum vor Leben. Gäste aus Politik und Sport kommen zusammen, um zu plauschen, zu feiern und natürlich um zu tanzen. Wir haben ein tolles Kupfen von mir. Wir haben ganz viele Tanzmöglichkeiten. Vom Handfänger bis zum Profi können sich alle auf dieser Tanzfläche ordentlich auslassen. Dafür sorgt auch dieses Jahr wieder das international bekannte Tanzorchester Christoph Sampt und begeistert durch sein Bundesrepertoire. Wer mehr für Tango-Musik ist, der ist in der Milonga-Lounge richtig aufgehoben. Das Orchester Tango Pianissimo findet für alle den passenden Takt im separaten Tango-Ballsaal. Ich bin inzwischen zum dritten Mal hier und ich finde es jedes Mal toll, eigentlich eine Sporthalle in so einer tollen Atmosphäre mit so einer tollen Deko zu erleben. Und wie viel Tanzen auch in den verschiedenen Abteilungen auch noch drinsteckt. Viel Tanz und auch eine Menge Talent. So bekommen die Gäste im Laufe des Abends bei den verschiedenen Showeinlagen einen Einblick in die Abteilungen des SC Siemens statt. Ob atemberaubende Akrobatikeinlagen oder eine Tonvorführung, hier kommt alles zusammen. Das Highlight ist aber wohl die Mitternachtshow der Standardformation A des OTK Schwarz-Weiß zu einem Medley aus The Greatest Showman. Besonders ist einfach diese Masse an tanzbegeisterten Menschen, die jedes Jahr wieder zusammenkommt, um diesen schönen Abend zusammen zu erleben. Und für uns ist es dann natürlich besonders toll, jedes Jahr aufs Neue eben die Mitternachtshow tanzen zu dürfen für das Publikum. Was einfach Freude ausstrahlt beim Tanzen und was einfach mitgeht und es ist ein super Event. Und natürlich ist das noch nicht alles, denn was wäre ein Geburtstag ohne Torte, die dann im Anschluss feierlich angeschnitten wird. Bleibt zu sagen, herzlichen Glückwunsch und auch viele weitere Jahre Sport für alle.